So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghostbusters, dem Videospiel. Kann ich den wegmachen? Hallo, ich bin nicht willkommen. Oder vielleicht T-Shirts oder Koffe. Gibt's hier irgendwas interessantes? Hier geht's nicht weiter, so wie es aussieht. Wir müssen wahrscheinlich da lang. Das war in 1885. Warte. Was? Elissa ist ein Shandor? Warum ist das immer mit mir passiert? Ich kenne eine Frau, sie ist verrückt mit mir. Aber sie ist immer so, dass sie eine Art unglaublichste Fixer-Upper ist. Das alles macht Sinn. Elissa muss sich die Mandala in advertenten, weil sie das Shandor hat. Und sie weiß es nicht. Als ich ihr Profil habe, sie sagte, sie wurde adoptiert. Ein paar Coincidence, oder? Du glaubst wirklich nicht, dass das passiert mit einem Anfall. Nein. Niemand muss es wissen und es umsetzen. Der Minister sagte, dass Peck persönlich empfohlen hat Elissa, um der Gäste-Kurator der Goser-Exhibit zu sein. Was ist ein Peck? Ein Peck. 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 Hecht. Ich hatte doch gerade eben hier noch ... Wird's zerstört? Das wäre natürlich nicht so cool. Okay Oh, oh Vielleicht haben wir Action Warte, es war jetzt die, die man mit Schleim killen konnte Oh, Hilfe Wir sollten ein bisschen splitten Warte, ich helfe dir Egon Los, 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 los Oh, ich fliege Los, schnell Vielleicht zu, ah doch Hier, Winston, komm hoch Los, schnell, steht auf Los, 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 los Oh, komm Das Portal zumachen Schnell Pisser Oh, da kommt noch mehr Allein da vorne ist auch so ein Portal Los, schnell Los, schnell Los, schnell das Portal zu Und jetzt du Und jetzt du So, Hammers Verlass die schwarze Messe Lieben gerne Lieben gerne Check this joint Unless my sensory ray is malfunctioning That is definitely the place we're looking for Hey, where'd the caddy go? Yo, cool breeze Come on out Peter, behind you No, get back Take your imaginary hands off me, man No, there's too many Egon They got Egon Bring it back here Kid, help us Na super, jetzt sind wir auf uns allein gestellt Da kann ich nicht drauf, ne? Nee Ja, super, ich freue mich Kann ich den Schleim hier weg machen? Ist zu viel, oder? Na, das ist zu viel Was war das denn? No, in den ECO Aha Na'n wahr? Da Na'n ein bisschen unbeschwerter laufen können ich hoffe ich irgendwie machbar das ist der schleim wach Ich höre keine Stimmen. Das gefällt mir nicht. Oh, da kommt so eine komische Spinne. Schleim weg, dass wir hier wieder laufen können, ganz normal. Ich glaube, wir sind hier nicht gern gesehen. Hä, hier war ich doch gerade, oder? Dann muss ich in die Richtung. Lass mich trinken! Diese ekelhaften Viechern. Da juckt es mir direkt in den Ohren. Okay, wo seid ihr? Ich glaube, der Schleim ist besser. Oh! 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 Okay! Das sieht dir herzallerliebst aus hier. Da drüben haben wir eine Brücke und da haben wir eine Brücke. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Oh nein. Jetzt können wir was werden. Da hab ich was. Warte mal, was hab ich da gescannt? Alter, 92.000. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen Upgrade so kaufen, ne? In Besitz, in Besitz, in Besitz, in Besitz. Kaufen. Jo. Kaufen. 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 Die werden super ausgestattet. So, wir müssten dann jetzt auch fast alles haben, ne? Den hier noch. Na, fast. So, die Scan-Verbesserung noch. 12.000 hab ich noch. So, wir machen fast alles. Ich glaub zwei, drei Sachen fehlen uns noch. Das Überladungs-Impuls-Dingens. Ja, eigentlich sind es nur noch die zwei. Okay. Haben wir uns mal ein bisschen frisch gemacht hier. Dieses Tor wird verwendet, um den Fluss des Schwarzschleims in der Kanalisation zu kontrollieren. Aber wie lass ich das runter? So, gib mir. Ich bin mir grad ein bisschen unsicher, was ich hier tun muss. Dann kann ich nichts zerstören. Also, ich muss wahrscheinlich, wenn ich das hier richtig deute, irgendwie diesen Fluss beenden. Hm. Aber wie? Was bist du denn? Was bist du denn? Ah, das hab ich noch nicht probiert. Ah, das hab ich noch nicht probiert. Oh. 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 Das war so befragt. Hm. 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 Hmm. Psst, die Tür. Hä? Was ist das hier alles? Was sind das für Dinge, die hier rumliegen? Ich versuche jetzt mal das Ding da drüben rein zu tun. Vorsicht aus dem Weg! Ich schaue es nicht. Nein! Bitte lass mich hier drinnen den Kontrollpunkt haben. Gott sei Dank! Ich schaue das Ding da drinnen. Ich schaue das Ding da drinnen. Ich gehe jetzt mal nochmal zu dem Tor dafür, aber irgendwie kann ich mir nicht erklären, was ich hier tun muss. Lass den schwarzen Schleim aus den Tunneln der Katakomben ab. Ja, wiederum. Ach. Ich muss die Dinger da runterziehen oder? Da habe ich ja vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Komm schon. Komm schon. Ein bisschen noch. Komm schon. Minimalst. Boah, jetzt. Alter. Ich glaube, ich kriege gleich Besuch. Oh ja. Gut. Äh. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt, dass ich jetzt hier Schwarzschleim-Monster, Klasse 6 Schleim-Batschler. Schwäche Schleim. Dieses mächtige Bösen-Börsenmakler dominierte... Was? Warte mal. Diese mächtigen Börsenmakler dominierten ihre jeweiligen Industriezweige vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Schandor benutzte seine dunklen Fähigkeiten, um jede von ihnen an einen bestimmten Punkt ihrer Karriere zu helfen und dadurch waren sie ihm verpflichtet. Das kennen wir doch alles schon. Wann immer einer von ihnen starb, kehrte er als Wächter zum Mandala zurück. Aufgrund ihrer Nähe zu Schandor des Bösen wurde sie als Identität zum Schwarzschleim wiederbelebt. Okay, der Text ähnelt sich relativ zu anderen Sachen, die wir schon hatten. Alter, was schießt denn da noch auf mich? Oh oh. Oh oh. Scheiße! Oh nein! Oh oh. Oh oh! Aua Oh, ich hänge fest Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm, ich krieg dich Ich hab ihn, oder? Oh, da ist noch so einer Los, schnell Komm schon, komm schon Los, 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 los Treffe ich ihn so? Oh, hab einen kleinen Bug ausnutzen Okay, das ist lame Ich komm mal zu dir, Kollege Okay Glück für mich, dass er hier gerade so ein bisschen festhängt Oh, da sind noch Portale Okay Okay, jetzt kann ich da vorne lang. Ein bisschen auf die Uhr gucken. Wo komme ich denn da jetzt rein? Oh, da ist Schleim. Den hab ich gar nicht gesehen. Das hätte gerade schlecht enden können. Ach, guck mal, da vorne ist ein. Okay. Okay. Oh, Mann. Ich hab Angst vor dem, was gleich kommt. Kommt doch 100 pro irgendwas. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war's für heute. Was ist da? Das ist ein bisschen im Buch. Ein Artefakt aus der Zukunft? Ghostbusters DVD. 2008 Schandokultisten konnten auf der Suche nach Artefakten aus der Zukunft, die über das Ergebnis ihrer Pläne bezüglich der Zerstörung der Weltauskunft gaben, nur diesen armseligen und durchsichtigen Versuch eines Cross-Marketing-Gimmicks finden. Allerdings handelt es sich dabei um einen echt genialen Film. Jetzt nur auf DVD erhältlich. Shanto Island. Ja, sehr schön. Ach ja, Ghostbusters, der Film. Oh nein. Jetzt kann ich sehr viel schwarzen Schleim. Nichts da. Ich fühle mich, ich habe nicht so gut. Ich fühle mich hier. Ich fühle mich jetzt nicht weiter. Dann müssen wir in die Richtung. Und wir erinnern uns, sie haben Ewan festgenommen. Also festgenommen ist hier vielleicht das falsche Wort, aber entführt. Und auf jeden Fall. Hey Rook, ich bin in einem schwarzen Ort. Ich kann gar nicht meine Arme bewegen. Kannst du mich finden? Okay, ich dachte vielleicht hängen die ja da drin. Aber scheinbar nicht so. Natürlich. Okay, ich glaube, wir haben den Ort gefunden, wo wir hin müssen. Bevor wir hier weitergehen, sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, ciao.